Hallo Freunde der Unterwasserwelt, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr nahezu mühelos in die Tiefe gleiten könnt, indem ihr eure Hände als Leitwerk nutzt und das Gewicht eurer Beine einsetzt. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Hände, die das Abtauchen einleiten. Die Hände knicken ab, der Oberkörper und die Beine folgen in einer geraden Linie hinab in die Tiefe. Nochmal, Hände knicken ab, Arme, Oberkörper, Beine, gerade Linie und Touchdown.